Der Prozess bis zum fertigen Objekt ist aufwendig. Schnell muss der karamellisierte und flüssige Zucker den Weg in die Form finden. Die Schweizer Künstlerin Ursula Palla befindet sich mitten im Gissprozess, eine Arbeit, die Geduld fordert und doch schnell gehen muss. Weil der Zucker, das sehen Sie jetzt, der wird dann immer dickflüssiger und er härtet sehr schnell aus. Es ist wirklich so ein Rennen gegen die Zeit im Prinzip. Ein Rennen gegen die Zeit ist auch die Kunstinstallation. Sobald es warm und feucht wird, verändern die Objekte langsam ihre Form und zerfliessen. Aus über 200 Kilogramm flüssigem Zucker giesst die Künstlerin die Objekte. Ein Verfahren, das uralt ist und dem Gissen von Bronze entspricht. Was die Künstlerin aber interessiert, ist der Auflösungsprozess. Ich stelle das Zimmer her und dann übergebe ich es dem natürlichen Prozess. Ich bin eigentlich an diesem Prozess sehr interessiert, an diesen Bildern, die dann entstehen. Die Vergänglichkeit hat bereits Künstlerfonds Ursula Palla interessiert. Dieter Roth etwa goss klassische Büsten in Schokolade und übergab sie dem Verwesungsprozess. Oder Urs Fischers gigantische Skulptur, die sich als Kerze entpuppte und niederbrannte. Das Auflösen als Teil der Kunst. Wie das Karamellzimmer sich verändern wird, weiss selbst Ursula Palla nicht. Es wird wahrscheinlich noch Restbestände der Möbel zu sehen. Vielleicht ein Stuhl oder Tischbein. Ich denke auch, der Karamellkronleuchter wird auch nicht mehr hängen. Und doch wird sich auch die Vergänglichkeit in schönen Formen zeigen. Ich denke auch, der Karamellkronleuchter wird auch nicht mehr hängen.